Ist es besser, im Leben deiner Logik zu folgen oder deiner Intuition? Oder beiden? Für die meisten Menschen ist das eine schwierige Frage. Deshalb müssen wir zunächst verstehen, was jeder Teil des Gehirns macht. Unser logisches Gehirn arbeitet so. Es macht Momentaufnahmen aus der Vergangenheit und prognostiziert, dass es genauso weitergeht. Aber wir wissen, dass das nicht immer funktioniert. Deine Intuition holt dich aus der Momentaufnahme heraus, versetzt dich in den gegenwärtigen Moment und hilft dir, aktuell die beste Entscheidung zu treffen. Denn die Vergangenheit setzt sich in der Zukunft nicht immer genauso fort. Wie wir wissen, ist das Leben unvorhersehbar. Hier kommt die Intuition ins Spiel. Die Intuition gibt dir Orientierung in dem Moment, in dem dir die Vergangenheit nicht weiterhilft. Das Problem ist nur, dass nicht jeder wirklich viel von seiner Intuition hält oder auf sie hört, was sehr schade ist, denn Intuition ist der entscheidende Faktor, der dein Leben funktionieren lässt, fast wie von Zauberhand. Deine Intuition löst Probleme, bringt dich in den Flow, nimmt dir die Angst, befreit dich von deinem inneren Kampf und gibt dir bessere Antworten, als es deine Logik je könnte. Klicke hier, um weitere Informationen zur Mindvalley Membership zu erhalten. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.